Heute für euch im Test die Thunder Kong Shocker von Leslie, eine Neuheit 2013-2014. Ich finde die Teile extrem geil, habe davon noch kein Einzelvideo, deswegen zünden wir jetzt mal vier Stück an und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.